Wir leben in strange Zeiten. Die Schweiz ist bekannt für Schokolade, Uhren und Banken. Well, here we are. Just give me one second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Idiot, huh? Shit, let's hope no one heard that. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. Viewing here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Sure. I reckon we've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Are you coming? Ja, hier, ich bin der, der komische Fehler, der möchte für irgendwas, der möchte einen Kompass haben. Also, wenn ich hier keinen Kompass finde, dann weiß ich auch nicht. Aber hier finde ich keinen Kompass. Da liegen zwei Kompasse rum, aber... Ja, ja, ich follow. Was das ein guter Schuss? Es war ein guter Schuss. Komm schon! Und... wie genau sind wir hier raus? Ich bin nicht sicher. Das ist das, was passiert, wenn du die Trelawne in der Lage bist. Oh, Garnisch, no mich. Wahrscheinlich wird uns drehen als Dänzen-Gerls und Kahn-Kahn aus der Seite. Das ist ein schönes Uniform. Dankeschön. Ich gebe jemandem einen Job in diesen Tagen. Insofern, wir sollten uns nicht wegnehmen, bis wir wissen, dass wir brauchen. Vielleicht können wir immer noch in die Welt, wenn es alles verrückt wird. Das wird sicherlich. In die Bar, Herr! Ich hoffe, dass ihr Spaß habt, Herr. Das ist der Zeit meiner Leben. Sie wissen, wie wir auf eine Show machen können. Das ist wunderschön. Oh, schau! Da ist dein Freund. Herr, mein Freund ist nicht ein guter Schuss. Und ich versuchte dir, dass du zurück die Insinuation hast. Da ist er. Das tut mir so leid. Ich werde nicht mehr sterben. Ich werde nicht mehr sterben. Ops. Doch- Entschuldigung. Wie kommt alle? Das kommt aus? Wie kommt unser näches recurse? Coi rein! Get the hell out of me! Oh, how do you suggest? I don't know, this ain't my show! Silly me, how clean forgot to bring my gondola! That's it! Arthur, come on, we got you! Let's get out of here, Arthur! Yeah, good! Go, come on! What about the alligator? I'm not built for this! Well, never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good! Yes, indeed! And this watch, apparently it's worth a bunch of Swiss, a Roitlinger or something? Nice watch. Yes, it's all right, Lingo, all right. We'll give her back then. All right, come on, let's get out of here. Good morning, gentlemen. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning, everyone. Keine Ahnung. Aha. IF. Fliegender Adler. Aha. Und hier? Jim Boy Calloway. Ja, klar. Machen wir. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Ja, super. Dann, äh, einmal hier. Äh, nicht. Ja, können wir auch, ne? Auf nach, äh, nach Valentine. Da ist endlich hier die Quest mit, äh, mit den, ähm, Revolverhelden. Ist wieder da. Oh, come on. Excuse me, partner. Morning. Hey, mister. Morning, man. Morning. Nach Valentine. Nach Valentine. Was soll das denn heißen? Blöde. Ah, dammit! Mister? Not a fella in Ballantyne. Got the Balls to take me home? Huh? What? Er wollte mich doch verarschen. Ich bin jetzt... Ich muss mal eben schauen, weil wir haben ja hier Glücksspieler. Was ist denn hier die nächste? Gewinne drei Runden Domino gegen zwei oder weniger Gegner, ohne Steine ziehen zu müssen. Ich hasse Domino, ist so langweilig das Spiel. Ja. 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 dann machen wir fliegenden adler na komm fang nicht wieder stress an nur weil du gern scharf hättest so Okay. You came. Of course I came. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Hey! Mach mal! Hey! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal! die eleganteste Variante, oder? Was das du, Al? Hey, Tom? Pickin' up? Yep. Supposed to meet the early train to San Denis. Okay. Better get a move on, then. All right. I'm gonna start loading up. How are you? Oh my gosh. Was ist hier? Kommen wir nicht rein? Da muss auch keiner reinkommen. Oh, oh. Okay. Das ist jetzt aber ein beschissener Kontrollpunkt. Wie soll ich denn... Der macht ja keine Fenster auf. Naja, wenigstens weiß ich schon mal, wo ich da hin muss. Was ist das, Al? Hey, Tom. Ich bin am überlegen, ob ich weiterhin übers Dach versuchen soll oder ob ich einfach durch die Tür gehe. Okay. Nix. Ey, fick dich doch. Der ist mit dem Rücken zu mir. Wie soll ich das... Ich meine... Hey, ich hab keine Ahnung, was die von mir wollen. Wenn du schnell bist, könntest du in die Rückkehr. Ja, ja, wenn ich quick bin. Also und jedes Mal den Scheiß hier wieder von vorn. Das ist nervig. Ein bescheuert gelegter Kontrollpunkt. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Der ist noch das Schlimmste. Ich hab Arthur und Dietrich gekauft, aber... Und ich weiß nicht, ob die Türen verschlossen sind oder nicht, das juckt denen. Ja, wie komm ich da rein? Ist das du, Al? Mit dem Rücken zu mir und... Hey, Tom? Dinger werden zerstört, jo. Ich bin ein Wettbewerb. Ich werde den ersten Train in San Denis gehen. Okay. Dann gehen wir weiter. All right, I'm gonna start loading up Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, 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 hold it right there. Weapons on the ground and hands in the air. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. Erap. Hit your left. Hey. Oops. 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 Oh, no, no, no. Alter, was ist los? Ops! Dann halt ohne Dead Eye. We're almost clear! That explosion came just in time. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Habe ich da? Ich habe Gold geholt. Gut. Schließe Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab. Aha. Töte alle berittenen Verfolger während der Flucht. Erreiche Danbury's Büro, ohne entdeckt zu werden. Schleiche dich in die Fabrik, in der du dich im Wagen versteckst. Ja, sauber. Alles gut. Alles gut. Ich habe mal was richtig gemacht. Zwar zweimal falsch, aber ich habe auch mal was richtig gemacht. Gut. So. Was? Was war das denn jetzt gerade? Achso. Das sind nur die Dinger. Okay. Okay. Keine Quests. Kein gar nichts. Tja. 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 Ich denke wir haben Ritt vor uns. Ich habe da irgendwie wieder Bock drauf. Das ist so eine geile Mechanik. Einmal sind die Quests. Ich finde die sind super. klar wird im grunde immer dasselbe ballern einzige was ich zu bemerkern habe der 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 kontrollpunkt der war scheiße gesetzt wer waren die denn ach so du bist das alles klar genießt ein sein kojote er hat eine lampe ich möchte auch eine lampe haben das ist keine lampe gibt es keine lampe ist das bei waffen ja guck mal er kann auch mit mit abländlich fahren der cornwall so Untertitelung. BR 2018 Le Monde Hauptsache ich bin nach... Wie heißt die Stadt? Die erste Stadt. Nur um zu erfahren, dass die Typen in Saint-Denis sind. Das ist so ein kleiner Stinkefinger, den das Spiel einzeigt, oder? Das ist so ein kleiner Stinkefinger. Aber Plötze gefällt mir seit dem Rennen echt gut. Vorher habe ich gedacht, so leck mir den Arsch. Was hat der Typ da in dem Video für ein Quatsch erzählt? Turkmene. Bestes Allround-Pferd. Was war das? Achso, ich habe wieder irgendeinen Status. Ich habe Hunger oder irgendeinen anderen Dreck. Kann gut sein. Kann gut sein. Ich glaube, du brauchst gar nicht pennen gehen, Kalle. Ich habe einen Rennen. Ich habe einen Rennen. weißt du was ich glaube da kannst du gleich hier hier rüber eilen tut mir leid plötzlich kam vielleicht ein bisschen spät ein bisschen so am zicken frühstück dann aber ein paar gebackene bananen reinhauen gebackene bohnen baked beans acht scheiß drauf so 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 guten morgen bin immer wieder erstaunt wie fantastisch dieses spiel aussieht so 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 mal intervenieren er donnert wieder wie doof steht denn der Zug hier im Weg Bonjour, monsieur. Hey there, mister. Mister. What exactly can I help you? Hey, folks. Good morning to you. Mister. Hey, friend. Good day. Hey, mister. Hey there. Hello. Morning to you. Good morning, friend. Hi there. You got some more in your paper? Hello. Hey there. So, you know. Nicht Bescheid, ne? Wir hätten zwar noch ein paar Minützke, aber die Quest, die gibt es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. A very good morning to you. Also, nicht nur schönen guten Morgen, sondern einen sehr, sehr schönen guten Morgen, finde ich in Ordnung. Ich wünsche euch was. Bye, bye.